Hallo und herzlich willkommen zum Rogue-Kleider Präsentationsvideo. Ich habe heute die große Ehre euch das Video vorstellen zu dürfen, in dem der liebe Jan, der quasi auch der Ideengeber des Rogue-Kleiders ist, ich rede von Jan Boric, euch dieses geile Teil vorstellt. Gibt es in drei Größen? Es ist wirklich, ich muss fast sagen, mein Lieblings-Hecht-Köder, wobei mein Lieblings-Hecht-Hardbait, Butcher ist natürlich auch eine brutale Waffe und wir haben auch noch viele neue Ideen. Auch zusammen mit Uli Bayerwett wird so einiges entstehen, aber das Ding ist einfach mal für alle Hecht-Angler, das Highlight ist hier der große und ich würde sagen, bevor ich euch hier trocken im Showroom noch langweile, gehen wir mal ans Wasser und der Jan sagt euch mal im Detail, was es mit dem Ding hier auf sich hat. Am Rande noch eine Geschichte, ich finde, es ist im Video so ein bisschen untergegangen. Ihr könnt alle Größen ganz einfach einleiern und die laufen von rechts nach links. Das heißt, dieses klassische Jerken, das braucht ihr gar nicht. Es gibt kaum ein Kleidbait, der so einfach zu führen ist, wie der Woke-Kleider. Das wollte ich nochmal erwähnen. Also wirklich die Waffe für jedermann. So und jetzt geht's ab zu Jan. Danke lieber Carsten ins Saarland. Hier von einem riesengroßen norddeutschen See ich möchte euch heute etwas zeigen, etwas Neues zeigen. Ich möchte euch einen neuen Köder präsentieren, den Rogue Glider, den Shurken. Und zwar Shurkenhaft. Genau darum geht es bei dem Kollegen. Es gibt verschiedene Größen, es gibt verschiedene Farben, aber dazu gleich mehr. Ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen und zwar wie es zu dem Köder in Verbindung mit der Firma Zeck Fishing und meiner Person überhaupt gekommen ist. Drei Jahre ist es mittlerweile ja das erste Zeck Plus Original zusammen mit Carsten bei mir an der Havel haben wir gedreht. Es waren noch sehr frühlingshafte Bedingungen unter Wasser. Es war wenig bewuchs bis jetzt oben. Wir waren von Land aus und mit der Warthose unterwegs. Aber es sind nun mal einfach diese Zonen, die im Frühjahr besonders attraktiv sind. Dementsprechend haben wir uns der Situation gestellt. Mit der Warthose ins Wasser und unter den ersten Büschen heraus haben wir die ersten Würfe des Jahres gemacht. Mir war klar, dass nicht jeder Köder in so einer Situation gut funktionieren kann. Heißt, es kam einer meiner absoluten Lieblingsköder zum Einsatz. Ein Jerkbait, ein kleiner Glider. Und ja, auch Carsten war natürlich sofort, er hat so viel anglerisches Input. Das sieht er auch sofort, dass so ein Köder unter so einen Bedingungen einfach funktionieren muss. Es kam, wie es kommen sollte. Alle Fische, ich glaube es waren alle Fische, die wir gefangen haben, haben wir auf kleine Jerkbaits, auf kleine Glider geflangt. Und es geht um einen sehr hektischen Lauf, die diesen Köder auch besonders in flachen Partien machen. Und das war einfach so der Schlüsselmoment, wo von mir die Ideen kamen und von Carsten sofort das Verständnis dafür, dass wir so einen Köder für die breite Masse anbieten. Und ja, letztendlich die Zeit ist vergangen. Da ist er, der Rogue. Ich werde euch jetzt ein bisschen was zur Geschichte von Jerkbaits, von kleinen Glidern als solches erzählen und dann gehen wir genau mit diesem Köder ins Detail. Tja, auch wenn es etwas wirklich Besonderes und Lustiges ist, was ich hier in der Hand habe, aber es ist einer der ältesten künstlichen Köder der Welt. Vor Gummifisch, Blinker, Spinner und Co. gab es die Entwicklung von künstlichen Nachbildungen von Beutefischen schon bei den Ureinwohnern Nordamerikas. Natürlich hatten die nicht so qualitative Haken dran und so weiter, aber ein Stück Holz in eine Formgebung gebracht mit einer Aufhängung zu einer Schnur hin, was auch früher immer benutzt wurde, Sehnen von Tieren und so weiter. Aber genau aus solch einem Stück Holz sind die ersten künstlichen Köder der Welt entstanden. Schon damals war den Jägern letztendlich klar, wir müssen versuchen, einen Körper so aktiv durchs Wasser zu führen, dass der Reiz auf einen Rohrpfisch, in dem Falle waren es halt diese North American Pikes, die wir auch in Europa kennen oder auch Muskies vielleicht, zu einer Attacke, zu einem Biss auf diesen Köder gebracht werden. Dafür haben sie ein Stück Holz genommen, haben dem Formgebung bedacht, damit der halt durchs Wasser furcht. Nun kann man sagen, da gibt es auch Massen von Hechten. Ja, und genau damit haben sie halt besonders viele gefangen und sehr erfolgreich die Familie versorgt. Ja, lange Rede kurzer Sinn, ist lange, lange, lange her. Mittlerweile hat sich sehr viel getan. Wie man so ein Köder, so ein Holzköder, einen Jerkbeet aufbaut, das zeige ich euch jetzt. In der Neuzeit werden Stoffe verwendet, die sehr robust sind, Auftrieb bieten. Das ist ganz wichtig bei Gleidern, bei Jerkbaits. Und man sieht es hier ganz schön, das ist quasi schon mal der Ursprung des Gedanken, die Formgebung eines Fisches. Ja, das bringt man über eine Schablone auf ein Grundmaterial. Und dann geht es letztendlich weiter, dass wir die Formgebung eines Köders, eines Beutefisches nachahmen, dass wir jetzt nämlich kommend Gewichte im Inneren so aufteilen, dass wenn Zug auf den Köder, wer sagt, auf die Maulspitze eines künstlichen Beutefisches kommt, dass er eine kranke, verletzte Schwimmbewegung macht. Darum geht es beim Jerken, krank, verletzt, tanzen, taumeln. Da kommt dieser ganze Ursprung, dieser ganze Hintergedanke her. Das wird dann letztendlich wirklich in der Entwicklungsphase eines Köders. Der entscheidende Ablauf aus Grundgedanken, aus Zeichnungen, aus Schablonen, aus Versuchen, die Gewichtspartien zu verlagern, ist hier, seht ihr mal einen der Rohlinge, der noch aus einer 3D Druckmaschine kommt, wo schon die entscheidende Form da ist. Ja, der Beutefisch zeichnet sich schon ganz deutlich ab, sogar die Augenpartien hier so ein bisschen hinterlegt und es wurde sehr viel rumprobiert, experimentiert mit diesen Schwerpunkten, die ein Jerkbait bekommt. Er muss nämlich mehrerlei Eigenschaften erfüllen. Er muss sehr weit fliegen. Das ist eine Sache, das zeige ich euch nochmal separat. Die Wurfweite von dem Jerkbait, da kommt kein Gummifisch und kein Wobbler mit. Ein Jerkbait fliegt einfach wie ein Zäpfchen. Und wir wollen aber trotzdem erreichen, dass unser Köder dort hinten auf Distanz auch einen extrem verführerischen Lauf macht. Und das zeige ich euch gleich. Vorher zeige ich euch aber natürlich noch, was bei rausgekommen ist bei der ganzen Geschichte. Es gibt noch Veränderungen, die von hier bis hier vorgenommen wurden. Es geht schon allein um Sprengringsgrößen, um Gewichte von den Drillingen, die passenden Drillingsgrößen dazu. Es gehört so viel Know-how in so einen kleinen Köder, das kann man sich kaum vorstellen. Ja, aber die Dinger fangen dermaßen, das werdet auch ihr bald sehen. Man muss einfach diesen Werdegang und die Eigenschaften dieses Köders wirklich mal hier ganz genau darstellen. Und das sind die Resultate. Es geht um drei Größen, die wir hier haben. Wir haben einen ganz kleinen, nennen wir ihn den hektischen. Wir haben eine mittlere Größe. Ich kann es mal gleich benennen. 45 Gramm, 10 Zentimeter. Und wir haben einen schönen Ocolyten mit 12 Zentimeter und 80 Gramm. Drei verschiedene Köder, die alle den gleichen Ursprung haben, aber doch irgendwie alle eine andere Bedeutung und anderen Einsatzgebiet. Dazu jetzt mehr. Beginnen wir mit dem kleinsten Kollegen hier, der Roke Glider in 8 Zentimeter und 30 Gramm Eigengewicht. Ich bezeichne ihn gerne als den kleinen hektischen, weil auf kurzem konzentrierten Raum die passenden Beschwerungspunkte richtig natürlich beieinander liegen und wir durch die Führungsdynamik über Route und Rolle diesen Köder ein unheimliches hektisches Laufverhalten geben. Ja, also ich kann ihn wirklich im 90 Grad Winkel, zack, zack, boom, boom, richtig umherflitzen lassen, richtig hektisch ausbrechen lassen. Richtig geiler Köder, auch für die Allround Fischerei. Also nicht nur für den Hecht, sondern wir können damit auch gezielt auf Döbel, große Rapfen, so richtig super dafür. Natürlich Hechtangelei im Sommer bei warmem Wasser, wo viel kleine Beutefische und Brutfische gejagt werden. Große Barsche. Ja, in euren Seen müsst ihr auch unbedingt mal auf Barsch einsetzen. Natürlich hier auch in so einem wundervollen kleinen Perch-Dekor. Das ist wirklich ein kleiner, hektischer Glider, ein kleiner Jertbait, der sich sehr universell für all unsere Räuber in unseren heimischen Gewässern anbietet. Und damit ist der kleine Rogue in diesen acht Zentimetern die absolute universelle Bank für all unsere Räuber. Hecht, Barsch und Co., die lieben ihn. Und zu dem kleinen Rogue auch gleich mal eine passende Routenempfehlung. Ich nehme dafür sehr gerne meine Zanderrouten, in dem Fall die Peach. Ihr könnt auch die Swiftin 28 Gramm nehmen, die ist auch straff genug dafür. Nehmt euer Zandergerät. Nehmt euer Zandergerät und fischt den kleinen Rogue auf weite Distanzen, hektisch geführt. Ich zeige euch das gleich nochmal an der Route. Aber das ist der Köder für eure leichten Routen. Fast vergessen, dieser kleine Köder, der hektische, wenn ich den ganz langsam führe, am besten im Dunkeln auf Steinpackungen hat er und zwar den entscheidenden Effekt auch für Zander. Ja, die raubend in dem Dunkeln auf die Steinpackungen kommen. Das kennt ihr auch von diesen Wobblerangeln von Sebastian, auf den in die Dämmerungs- und Nachtstunden. Macht das mal bitte schön mit einem kleinen hektischen Rogue in acht Zentimeter im Dunkeln ganz langsam gekurbelt auf Steinpackungen. Unheimlich verführerischer Lauf. Und da ist er nun der absolute Arounder in 10 Zentimeter und 45 Gramm. Fliegt extrem weit, läuft weite Bahnen und lässt sich wirklich über die Spinnroute, über die Kurbelumdrehung so toll animieren. Da kommt kein Hecht dran vorbei. Das ist einfach das i-Tüpfelchen, was man aus einem Gleider rausholen kann. Ja, also viel mehr ist nicht möglich. Das Ding ist die absolute Bank. Gibt es natürlich in verschiedenen Farben, ob für sehr klare Lichtverhältnisse, Wasserverhältnisse, in sehr stark UV-aktiven Farben. Das Ding braucht man einfach in der Köderkiste für effizientes, effektives Hechtangeln. Und das Ganze bezieht sich auch besonders auf Situationen, die sehr flache Gewässerpartien bieten. Ja, also es sind eure Vereinsgewässer mit Seerosenfeldern, mit Bootsangelei, mit Ballybootangelei für flache Partien, für Plateaus, für Uferkanten, für abgestorbene Seerosenfelder im Herbst. Auch richtig wichtig dafür so eine Köder. Aber ihr braucht diesen Köder letztendlich fast in jeder Situation. Ja, um diese kleinen Gleider kommt man nicht drum herum. Auch hier gibt es jetzt eine passende Routenempfehlung für unseren 45-Grammer. Z-Chic in 60 Gramm oder ProPike mit 80 Gramm, Wofürwichtsangabe, sind absolut passende Routenempfehlungen für den 45-Grammer. Selbst wenn er weniger Eigengewicht hat, aber die Beschleunigung und die Kraft, die durch den Blank sich durchzieht, wenn wir damit richtig beschleunigen, das ist einfach wo unser 45-Grammer die Route auch nicht überfordern sollte. Weite Würfe mit der 45 Gramm, 60 und 80 Gramm Wofürwicht. Diese beiden Routen sind perfekt. Ihr seht also schon, für den hektischen kleinen Rogue und für den Allrounder in 10 Zentimetern braucht ihr nicht zwangsläufig Baitcast-Gerät, sondern perfekt und optimal geeignet sind unsere klassischen Hechtspinnrouten mit 60-80 Gramm Wofürwicht und der Stationärrolle. Weil durch den Schnurreinzug der Stationärrolle dieser Köder in diesen verführerischen Lauf kommt. Und das ist einfach die Bank, da können Hechte nicht widerstehen. Und damit habt ihr mit unseren Hechtspinnrouten weite Würfe, ermüdungsfreies Fischen, hektischen Köderlauf übertragen wir damit. Alles das, was ein Hechtköder braucht am Vereinsgewässer oder an einem großen See hier im Norden. Diese Köder mit einer Spinnroute in Verbindung sind einfach eine Bank. In der Rogue-Familie gibt es drei Varianten. Den kleinen, den mittleren und es gibt den dicken, den etwas behäbigeren, aber damit auch prädestiniert für die gezielte Angelei auf Kapitale Hechte. Er macht viel Druck unter Wasser, viel Wasserverdrängung und der hat 80 Gramm bei 12 Zentimetern. Jetzt werden viele sagen, ja, ist aber hier nicht riesen Gummifisch. Aber er spielt letztendlich durch sein volumenreiches haptisches Verhalten unter Wasser schon die entscheidenden Reize für das Angeln auf Kapitale Hechte aus. Wenn ihr also an eurem Gewässer gezielt versuchen wollt, große Hechte anzusprechen, dann macht das auch wirklich sinnvollerweise mit dem großen Rogue, da er viel Wasserverdrängung hat, da er natürlich auch in sehr aufreizenden Farben erhältlich ist. Ihr seht es hier schon, so geiles Fire Tiger Dekor. Das ist einfach eine Sache, so ein kleiner Schlüsselreiz. Der ist jetzt nicht für jeden kleineren Junghecht mit 50 Zentimetern gerade hoch attraktiv, aber er hat bestimmte Eigenschaften, auch was diesen etwas behäbigeren Lauf angeht, was einfach für große Hechte nochmal ein ganz entscheidender Reiz sein kann, einen Unterschied zu setzen zwischen klein hektisch, mittel, allround und groß der Dicke. Kommen wir auch hier zur passenden Route zur Routenempfehlung. Die Little Big Boss mit 100 Gramm Wurfgewicht ist für mich die Route für unseren 80 Gramm Rogue. Extrem weite Würfe, gepaart mit der Kraft und der Steifigkeit, um diesen Köder auch auf weite Distanz, diese entscheidenden Impulse zu geben, dass er diesen verführerischen Lauf macht. Genau das Gerät brauchen wir dafür. Steifigkeit, trotzdem Leichtigkeit, ganzen Tag können wir damit angeln. Die Länge passt, alles super. Können wir auch mal vom Land aus einsetzen. Das ist ein Bellyboot mit der Warthose und das in Verbindung, wie ihr sagt, mit dem dicken Rogue, das ist eine Bank. Noch ein paar Worte zu den Einsatzgebieten und zu den damit verbundenen Lauftiefen der drei Köder aus der Rogue-Familie. Der kleine hektische, 8 Zentimeter, 30 Gramm Eigengewicht läuft einen halben Meter tief. Damit spricht er besonders die Räuber natürlich von unten nach oben an. Umso schneller ihr solch einen Köder führt, umso flacher läuft er. Thema Rappfen, Döbel und Co. Und umso langsamer, umso tiefer läuft jeder Kleider, jeder kleine Jerkbait und natürlich auch der Rogue. Kommen wir zum 45 Grammer. Wir benennen ihn mal mit einer, bei einer langsamen Einholgeschwindigkeit von einer Lauftiefe von ca. 75 Zentimeter. An hochgestellter Rute läuft er mir 50 Zentimeter tief unter der Oberfläche. Tief gehalten, langsam geführt, bekomme ich ihn ungefähr auf einen Meter Wassertiefe. Also sind diese 75 Zentimeter schon ganz gut passt angegeben. Und unser dicker Kollege, wenn ich den mit der Baitcast, mit der Little Big Boss hier ganz langsam führe, dann habe ich so einen Meter bis 1,50 Meter Lauftiefe bei diesem Köder. Das ist die Tiefe, die wir haben wollen bei Kleidern. Im Gegensatz zu einem Gummifisch mit Beschwerung, den ich durch tiefe Wasserschichtung unten durchführe, wollen wir diesen hektischen Laufstil eines Kleiders, eines Jerkbaits nach oben hin darstellen. Das provoziert auch Fische, die tiefer stehen. Ja, also auch ein Hecht bei drei, vier Metern wird sich für diesen Lauf dieses Köders dort oben interessieren. Das macht diesen extremen Reiz aus von denen. Das ist die gewünschte Lauftiefe, die wir bei einem Glider bei unserem Rogue haben wollen. Wir wollen die Räuber von unten nach oben ansprechen. Durch diesen hektischen, agilen Lauf, den solch ein Glider macht, sprechen wir die, besonders natürlich Hechte, von unten nach oben an. Wir geben dem Köder lange Zeit der Wahrnehmungsfähigkeit von Fischen, die tiefer stehen. Sie steigen auf, sie lassen sich reizen, sie lassen sich provozieren. Sogar häufiger viel besser als ein Köder, der auf ihrer eigenen Linie unten irgendwo vorbeiläuft, in Grundnähe zum Beispiel, provoziert dieser Lauf über ihren Köpfen, nach oben ausgerichtete Sichtfeld, besonders beim Hecht, der provoziert extrem. Zur Führung. Ich nehme jetzt hier den 45er an unser Z-Chic als Beispiel. Es funktioniert mit dem 30 Gramm, mit dem kleinen genauso. Nutzt wirklich die hohen Übersetzungsverhältnisse der Stationärrolle, um einen zügigen Schnur-Einzug zu machen. Er kommt durch die Formgebung und Eigengewicht an sich schon mal auf wirklich hohe Wurfweiten, stoppt vorher ab, damit wirklich der Schnurverlauf nicht bei Wind zum Beispiel, wie jetzt hier in der Situation, so einen Bogen bildet. Und wenn nicht, nehmt ihr den Bogen einmal raus, dass ihr direkten Kontakt zum Köder habt. Jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt klassisch nur einkurbeln. Nur einleiernd versetzt diesen Köder dort hinten, boom, 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 in einen starken Vibrations- und Druckreiz unter Wasser. Was ich gerne mache, ist ein abrupter Spinnstopp, der jetzt gar nicht dazu führen soll, dass der Köder jetzt absinkt, sondern er gleitet aus. Ja, also durch das zügige Einkurbeln wird er in eine Schwingung versetzt und wenn ihr jetzt abrupt stoppt, gleitet er zu einer Seite aus. Das provoziert besonders natürlich Hechte, die dem Köder folgen und sagen, wo will er jetzt hin und auf einmal verharrt er kurz und genau in dem Moment, boom, gibt es den Einschlag. Ja, also macht ruhig bei einem weiten Wurf drei, vier bis zu fünf abrupte Stops, wenn ihr gleichmäßig zügig eingekurbelt habt. Des Weiteren könnt ihr sehr schön kleine Impulse auch bei besonders warmem Wasser in die Rute setzen. Das heißt, ihr gebt richtig kleine Twitches und kurbelt dabei so ein bisschen abgehackt, aber zügig. Wieder mal ein paar kleine Twitches. Das bringt den natürlich in so ein extrem agiles, krankes, verletztes Beutefischschema. Und diese beiden Führungstechniken, besonders für den 30er und 45 Gramm Rogue, sind prädestiniert, um hochfrequentes, schnelles Angeln zu machen, viel Fläche abzusuchen. Krautpartien, Seerosen, habe ich euch schon erzählt. Kurze, kleine Impulse, weite Würfe mit Züge, Einholgeschwindigkeit und abrupten Spinnstops. Das sind die beiden Führungen für die erstbenannten, die funktionieren richtig gut. Den hier, den dicken, in Verbindung mit der Multi und der straffen 100 Gramm Little Big Boss auswerfen. Schnur auf den Köder ausrichten und Impulse über die straffe Route auf den Köder dort hinten übertragen. Das macht diesen dicken, den 80 Grammer, für eine universelle Waffe beim gezielten Angeln auf große Hechte. Diese Führung und die Kombination auch mit der Baitcaster erinnert natürlich mehr an das klassische Jerken, was ihr auch schon kennt. Aber der Rogue hat wirklich als Besonderheit, dass er durch sein langsames, intermediates Sinkverhalten, kann man schon fast sagen, einen besonders hohen Reiz über weite Bahnen sich vollführen lässt. Das macht einfach diesen Köder so besonders. Das Fischen mit der Multirolle ist nicht jedermanns Sache. Wer wirklich einzig und allein stationär Gerät fischt, dem empfehle ich ganz klar die Big Stick für das Fischen mit dem 80 Gramm Rogue. Noch ein paar Worte zu den verwendeten Vorfachmaterialien. Gerade für den Allrounder in 45 Gramm wählt ruhig einen 16 Kilo Stahl, 7x7, schön mit der Klemmhülse, X-Nap vorne drin. Das ist perfekt, das verfängt sich auch nicht großartig und ist natürlich hechtsicher, ganz wichtig. Bei dem 80 Gramm Rogue nehme ich wirklich gerne ein dickes Flur, hier als 91er Variante. Das ist sehr, sehr hechtsicher. Großen X-Nap, Einhänger, Snap vorne drin. Und ja, das verhindert letztendlich, dass sich der Köder bei weiten Würfen ins Vorfach schlagen kann. Bleibt knickfrei. Perfekte Lösung für den großen Rogue. Hier mal einen Blick in meine Box mit der Farbvielfalt. Wir haben sehr auffällige UV-aktive Farben mit Fire Tiger und Moor Kiwi. Wir haben aber auch sehr hübsche, natürliche Dekore, Aju, bis hin, hier der Pursch, auch richtig nice. Und wir haben hier so einen schönen, goldenen, gelblichen Barsch nochmal. Das sind so die Farben, die ich nicht nur toll finde, sondern auch die Hechte. Bissspuren und damit Fänge zeigen mehr als tausend Worte, die ich schon benutzt habe, um euch den Rogue vorzustellen. Hier seht ihr den ersten Rogue, der in deutschen Gewässern eingesetzt wurde. Er ist schon ganz schön zerkratzt, aber nichtsdestotrotz fängt er immer noch viele Fische. Setzt den Rogue ein an euren Vereinsgewässern, am Bodden, am See in Schweden, überall, wo ihr schnell Wasserfläche absuchen müsst und auf Hecht, Döbel, Rapfen und Co. angelt. Sucht damit über stationär oder Multigerät schnell die Wasserflächen ab, um auch inaktive Fische zu provozieren durch diesen hohen Druckreiz. Das ist einfach eine Bank für das Jahr 2023 und die nächsten Jahre. Ich wünsche euch damit viel Erfolg.